und damit mal wieder herzlich willkommen an bord der argo mit den schattenkriegern und mir wo stehen wir was machen wir wir haben immer noch eine ganze menge an aufträgen auf diesem planeten allerdings anderthalb bis 3 skals 3 skals denke ich mal noch nicht so ganz anderthalb haben wir gesehen kriegen wir hin und ich würde vielleicht noch mal schauen den hier für mark zu machen und dann vielleicht mal wieder zu reisen denn für planetenregierung so lange wie es nicht piraten sind versauen was uns nur quasi bei anderen fraktionen möchte ich ein bisschen vermeiden ich habe auch mal nachgeschaut wie es mit der reiserei ist und ich habe auch mal nachgeschaut wir haben ja bei der installation die difficulty bei reputation genommen jetzt habe ich versucht mal nachzuschauen im wiki ob ich irgendwas dazu sehen kann wie das jetzt sich ganz hundertprozentig genau aufbaut diese per reputation und bin allerdings nicht wirklich richtig fündig geworden muss ich echt gestehen in den seiten die drinnen waren waren bei den installationsguides nur die anderen beiden erklärt das andere jedenfalls nicht wenn ja das jetzt nicht meiner ich sag mal theorie folgt dass wir entsprechend der reputation der fraktionen die auf dem planeten sind halt also die wir beide die reputation die wir bei denen haben die missionen bekommen dann könnte es sein dass wir problem kriegen mit der reiserei weil alle planeten die so um uns herum sind sind so challenge mäßig ihr seht ihr seht hier vier vier und halb fünf und so weiter und nur hier unbesetzte planeten haben eine challenge von halb oder eins vielleicht noch mal irgendwo deswegen gehe ich halt mal stark davon aus dass dieses reputation halt entsprechend dem ruf den wir bei den fraktionen haben die auf dem planeten sind halt uns missionen generiert werden wir aber beim nächsten mal denke ich mal sehen denn wir machen wirklich noch mal diese eine mission mit marek so und warum ich davon ausgehe solaris wo wir gerade drauf sind waren wir beim start neutraler planet also der war grau und hatte jetzt nicht was war glaube ich anderthalb scale was angezeigt wurden und ihm mittlerweile ist er von steiner übernommen worden also gehört zum steiner bereich wurde viel von spielern und so weiter halt zur zur fraktion von steiner halt beigetragen und dementsprechend ist er jetzt steiner und wie ihr seht hier ein halb und wir haben immer noch unsere missionen die uns zu beginn halt generiert wurden das ist das was die zweite befürchtung sein könnte ist halt dass die missionen die generiert wurden wie wir angekommen sind halt immer noch zählen wenn wir auf ein anderer planeten kommen der hat ein vierer challenge dass dann vielleicht missionen in dem bereich halt generiert werden das hoffe ich mal nicht ansonsten haben wir echt ein minimales problem ansonsten würde ich einfach sagen wir machen ab aber erstmal müssen wir unsere max wieder im schuss bringen es dauert ein paar tage und dafür müssen wir auch einmal bezahlen wir bleiben mal auf der normalen bezahlstufe so richard hannes ist komplett sehr schön gab glaube ich noch was im tech bereich was nicht ganz so teuer war genau 200.000 für die repair scaffolding knappen wir uns die mal jeder tagpunkt zählt schneller wir in je schneller wir in einer mission reinkommen umso schneller bekommen wir wieder geld ja logisch jetzt müssten wir eigentlich unsere vier standard mix da haben dann können wir wieder eine mission spielen dann mocken wir mal ab ein battle für haus ja na klar wir holen uns wieder unseren geliebten loot und wir deployen mit unserer chaos gruppe ja ich weiß ok nach einem kürzlich geführten gefecht unserer kräfte ist eine überlebende comstar lanze entflohen also dem schlachtfeld entflohen um genau zu sein na dann werden wir halt eine überlebende comstar lanze jagen auf auf so so last known position advance and get eyes and bam ok bla 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 und so weiter und so fort destroy enemy units hast du jetzt nicht scrollt ah da ok einfach geradeaus durch dann gehen wir doch mal mit unserem scout mech voran warum kann ich den punkt da nicht wählen jetzt und gucken mal ach der ganze sachschaden wieder zum glück sind es nicht unsere autos wir haben etwas gefunden was ist denn das ein mit dem modell eines kommandos ok es sind schon echt viele modelle in dem asset pack mit drin aber alle max ist einfach echt schwierig wird denke ich mal weil es gibt kein spiel keine quelle wo man wirklich 3d modelle rausziehen kann von allen max und ich denke mal viele von den modellen werden sie sich zum beispiel aus quellen wie mac warrior online oder so gezogen haben und umgearbeitet anders kann ich es mir nicht vorstellen weil das ist echt arsch viel arbeit ich bin hier ich bin hier dann ziehen wir mal unseren felken hinterher dann frei auf die straße und so dass stray shots auf unsere max möglich sind wirst das hätten wir jetzt gerade erst auf wir müssen definitiv aus dem bereich hier weg wenn das ding hier versehentlich hoch geht ich hoffe die ki nutzt die dinger nicht offiziell irgendwie dass sie sagen ey guck mal da feind in der nähe von so einem teil schiehst du doch auf das teil hm ich hoffe nicht dass sie da irgendwie was dran getweakt haben die vanilla ki macht es nur durch durch stray shots zufällig halt oh eine weit geschossene ppk und das sah so aus als kämen sie von oben also dass der mac wahrscheinlich irgendwo hier oben ah ok ja er steht da oben ein klint hat das modell von panther ok und dann gucken wir mal jumpy jump bringt uns nichts dann sprinten wir einfach mal voran schimpft sich das teil hier eigentlich ein elektrischer transformator ok dann definitiv auf den witworth das sah nach komplett vorbeigeschossen aus ok hier möchte ich definitiv nicht anwohner sein gut was springt auf das nächste dach ja gebäude demoliert zeit ok gucken wir uns doch mal die sache an die beiden stehen auf dächern und gebäuden die gerade mal 100 schaden haben das ist auch schon beschädigt worden wir können 20 40 60 100 120 135 der small laser wird allerdings außer reichweite sein was haben wir denn für eine schöne treffer chance keine ok hallo gebäude wie kann man an einem so großen gebäude so derart vorbeibattern halleluja dann muss das halt jemand anders tun die gute ronin marschiert einfach mal voran und guckt mal ob sie den rest von dem gebäude niedergemacht bekommt so hohen stütz streben ja wohl runter entsteht er zwar geschützt aber er kriegt jetzt erstmal ordentlich beinschaden und es ist bei so kleinen max definitiv nichts verkehrtes ok also außerdem ist er halt über seinen threshold über seinen stability threshold drüber und deswegen hat er keine ausweichladungen mehr raven hinterher der panther hat das einzig sinnvolle gemacht nachdem er gesehen hat wie sein kollege gefallen ist und ist vom gebäude runter gesprungen gar nicht mal so dumm gar nicht mal so dumm ok bringen wir mal und sagen hallo knockdown und da fällt da gut oh da kommt ein stinger und will uns flankieren über den denke ich mal werden wir mit unserem hanschbeck überraschen wobei halt auch der witworth ein gutes ziel jetzt wäre aber ich möchte nicht dass der uns in den rücken läuft das muss nicht sein das muss eindeutig nicht sein ich denke wir werden noch ein paar max haben der die den witworth angreifen können bevor er dran ist wobei ich jetzt nicht geguckt habe kann auch andersrum sein ist das original modell oder ist das ein runter geskiltes phoenix der witworth war auf 1 ok war der letzte im zug scheint nur aufgestanden zu gut er springt auch ein bisschen wobei ich den sprung jetzt nicht ganz so intelligent fand aber keine ahnung ob es vielleicht nicht anders ging ich weiß es nicht ah ok er hat seine lms auf nahkampf gestellt und damit seinen werfer beschädigt da gibt es so eine einstellung ich habe gerade nicht hot loaded heißt es glaube ich dann kriegen sie ein bisschen mehr treffer chance und ich glaube auch schaden auf jeden fall ich meine treffer chance in näheren bereich mit dazu und das kann schon ganz praktisch sein hat nur die chance wie gesagt den werfer selbst zu beschädigen äh ne in internet machen wir mal noch nicht ich würde gerade sagen bewegen wir mal unseren wertvollen ecm mech in deckung aber wenn ich ihn dahin bewege und immer noch schießen möchte dann ne also müssen wir wohl leider sprinten dann rauf auf den rücken ich würde sagen nein ok ronin darf auch mal in seinen rücken oh Noch mal einen Rückenschuss auf den Witwerster, ich denke mal, dann dürften wir jetzt aber klein kriegen. Ernsthaft? Doch. Dacht schon. So, jetzt ist natürlich die Frage, ziehen wir den Hunchback erstmal wieder zurück? Zurück ins ECM und gehen dafür dann halt auf den Panther los, aber den Stinger im Rücken, unter Garantie. Wir sind recht heiß gelaufen, aber können noch einmal alles feuern. Und der Stinger... Ich habe bisher hauptsächlich Beine und ein bisschen Frontschaden. Aber Rückenpanzerung wird auf dem nicht sonderlich hoch sein, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher würde ich sagen, versuchen wir nochmal so eine Rückenattacke. So. Auch ganz gute Trefferchance dabei. Eben hat er mir doch noch kein... Ich bin gerade leicht irritiert. Äh... Ich muss Rennen auch ein bisschen Hitze produzieren. Das ist mir jetzt ein bisschen neu. Gerade. Egal. Können wir den Small Laser rauspacken. Okay. Auch noch okay. Jawohl. Ah, so ein kleiner 20 Tonner ist halt, ich sag mal, schnell klein zu kriegen. Die brauchen viel, viel ausweichen, um überlebensfähig zu sein. So, da kommt der Clint und... Uh. Zum Glück in die PPK vorbei. Wie es ausschaut. Ein paar Lasertreffer haben wir kassieren müssen. Gut, dass wir ihn in die Deckung gestellt haben. Okay, Gott. Ähm... Du darfst dich... Du darfst dich etwas austoben an deinem Peiniger. Wenn auch nicht mit allzu vielen Waffensystemen. Die sind etwa gleich. Äh... Sehr schön. So... Nehmen wir ihn mal an die Zange. Oh, er hebt Beinchen. Interessant, diese kleinen Glitches durch die Modelle und die Umgebung. So, okay. Ich jetzt? Komm schon einmal wenigstens. Ah. Zurück in den Simulator mit dir. Ähm... Das klingt doch gut. Ja. Ich meine, passt sich sowieso immer noch mal so ein kleines bisschen an, sobald es so tatsächlichen Positionen sind. Aber der war jetzt ziemlich genau. Einen Laser ausschalten und dann kann man loslegen. Und ihn seine Hauptbewaffnung klauen. Mal gucken, ob Bootcamp darauf aufbauen kann. Reinspringen bringt nicht so wirklich viel. Aber ich würde ihn ganz gerne auch auf die andere Seite bringen. Aber... Ist nicht so... Möglich momentan. Okay. Ja. Oh ja. Einfach drauf. Immer drauf. Unsettled. Okay. Mir würde tierisch die Düse gehen, wenn ich 4 zu 1 da stehen würde. In einem Mech, der seine Hauptbewaffnung verloren hat. Oh. Hä? Okay. Dann war das doch kein PPK wahrscheinlich. Normal ist die... Der linke Arme war ja aus so einem Kanonenlauf mäßigen. Das ist normalerweise... Wenn ich mich jetzt nicht total täusche... Die PPK-Seite. Aber das scheint... Beim Klink anders zu sein. Und es könnte auch eine Plasma-Lanze statt einer PPK sein. Auch möglich. Moment. Er hat... Linke Seite kaputt. Rechte Seite offen. Center offen. Dann gehen wir doch eher mal... So ein bisschen... Frontal auf ihn drauf. Heading out. Engine crit. In dem wird es definitiv immer wärmer werden. Jetzt momentan. Immer das gleiche noch einmal. Da ist die Engine down. Und das war's. Nicht besonders aufregend. Monat 2000. Ein Stück Erfahrung. Jetzt müssten so langsam mal wieder ein paar... Fähigkeiten möglich sein. Müssen wir dann auch noch mal gucken. Ähm... Clint Teile... Whitworth Teile... Ja... PPC Magna. Das war doch eine PPC. Okay. Sieht so beim... Clint dann doch anders aus. Das Energie System wäre ganz okay. Aber ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen mehr auf Max aus. Und wir können den Clint fertig bauen. Wenn wir nehmen. Deswegen machen wir das auch. Gucken wir was wir sonst noch kriegen. Die PPC sehr schön. Das finde ich gut. Ach schade die Standard FCS. Wenigstens was zum verkaufen. Und daher... Continue. So. Da haben wir unsere Reparaturpreise. Und... Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich am restlichen Tag. Wo und wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Noch viel Spaß. Und sag für heute erstmal. Ciao. 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 Ciao.